Hallo! Heute wollen wir zusammen mit Pia, Theo und dem kleinen Hasen dein Wissen über Präpositionen vertiefen. Wir werden uns Präpositionen ansehen, auf die manchmal der dritte Fall, also der Dativ, folgt, und manchmal der vierte Fall, also der Akkusativ. Man nennt sie auch Wechselpräpositionen. Eine Präposition ist eine Wortart, und zwar ein Verhältniswort. Sie beschreibt das Verhältnis von Personen oder Dingen oder Sachverhalten untereinander. Auf, vor, nach, mit, unter, über, während, neben, zwischen. Das sind alles Präpositionen. Die Präposition bezieht sich in der Regel auf das Satzglied, das direkt darauf folgt. Das Satzglied nach einer Präposition steht außerdem immer in einem bestimmten Fall. Darum muss es auch in seiner Form verändert werden. Es gibt Präpositionen, die fest mit dem Genitiv, Dativ oder Akkusativ verknüpft sind. Sie verlangen also nur einen bestimmten Fall. Aber es gibt auch viele Wechselpräpositionen. Das sind Präpositionen, auf die manchmal der Dativ folgt und manchmal der Akkusativ. Genau solche Wechselpräpositionen wollen wir uns nun anschauen. Eine davon ist auf. Nehmen wir auf und bilden zwei verschiedene Sätze damit. Satz 1 Satz 2 Satz 2 Der Hase ist Subjekt Sitzt ist Prädikat Auf ist die Präposition Dem kleinen Tisch ist Objekt Und jetzt schauen wir uns die Satzglieder genauer an, die nach der Präposition stehen. In Satz 1 ist das ein Objekt, und zwar den kleinen Tisch. Lasst uns mal schauen, in welchem Fall es steht. Auf wen setzt Pia den Hasen? Auf den kleinen Tisch. Dieses Objekt steht also im Akkusativ. In Satz 2 ist das Satzglied nach der Präposition das Objekt. Dem kleinen Tisch. Du erkennst vermutlich schon an dem Artikel, dass sich hier etwas verändert hat. Aus den im ersten Satz ist hier dem geworden. Das Objekt steht in Satz 2 im Dativ. Auf wem sitzt der Hase? Auf dem Tisch. Auf die gleiche Präposition folgte hier also einmal ein Akkusativobjekt und ein anderes Mal ein Dativobjekt. Die verschiedenen Fälle unterstreichen, wie sich die Bedeutung in den zwei sehr ähnlichen Sätzen verändert. Bei Wechselpräpositionen ist also nicht festgelegt, welcher Fall darauf folgen muss. Wenn du etwas schreibst und diese Präpositionen verwendest, musst du leider selber herausfinden, welcher Fall danach stehen muss. Ich mache dich mit den wichtigsten Wechselpräpositionen bekannt, damit du da besonders aufmerksam bist. Sie beschreiben vor allem räumliche Verhältnisse. Auf sie folgt manchmal der Dativ und manchmal der Akkusativ. Welcher dieser beiden Fälle in Frage kommt, findest du heraus, indem du nach dem darauf folgenden Satzglied fragst. Dafür probierst du die Präposition plus Wem-Frage aus und die Präposition plus Wen-Frage. Eine von beiden Fragen sollte passen. Lass uns das gemeinsam üben. Der Hase hat sich hinter Theo versteckt. Hinter wen hat sich Theo versteckt? Kann man das fragen? Nein, das hört sich komisch an. Hinter wem hat sich der Hase versteckt? Hinter Theo. Die Wem-Frage zeigt dir, dass der Satz im Dativ steht. Der Hase beißt in eine Karotte. Steht das Satzglied nach der Präposition hier auch im Dativ? Probieren wir mal die Wem-Frage. In wem beißt der Hase? Nein, das hört sich komisch an. In wen oder was beißt der Hase? In eine Karotte. Dieser Satz steht also im Akkusativ. So, ich denke, das genügt uns erst mal. Pia füttert ihren kleinen Hasen jetzt wirklich mit einer Karotte und Theo spielt nachher noch mit ihm. Und ich sag solange Tschüss.